Das könnte ich nicht haben am richten Moi Moi Six! Morgen! Gemeinsam! Wohin? Weiß keine Sau! Oder was? Oder warum? Aber morgen! Nicht heute, nicht gestern, morgen! Das ist schon wieder so ein Tag, wo ich eine Orientierung wie ein Eimer Scheiße habe Oder wie Zorro aus One Piece Nicht, dass ich ihn gerade mit einem Eimer Scheiße verglichen habe, aber mit einem Orientierungssinn kommt das echt gut hin Ne, ich kann den... Kann ich den Elektroschocker töten? Ne Weil meine Idee war jetzt mit einem Geräuschemacher die raus zu locken Elektroschocker, bumm, fertig Ich werde das einfach mal ausprobieren champions Jetzt Nein oli ACE 1 3 2 3 Ich hab lange gewartet Was ist das? Die, b***h Steiluft rein Ja, da hatte mich Gazaya noch vorgewarnt So, wieder zurück zum Wichtigen Verpissigwörter Oh, ich bin erschrocken Oh mein Gott Oh Gott, wie los, wie sieht das denn aus? Hat die gerade gelacht? GG Erstmal schön die Leiche gedickslappt Warum? Ich will doch nur raus Ja Kommt jetzt in den Zoo? Ich schätze mal nein Ich würde sagen, das Baby probieren wir doch gleich mal aus, was? Hallo Hallo Rolf Hab ich nach Lanja Hallo Kleiner Mit du da Kapuze Hallo Wie geht es Ihnen? Ich hab da was für Sie Ich hab da was für Sie GG Geben Sie die Koordinaten der Torrens mal neu ein Geben Sie die Koordinaten der Torrens mal neu ein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Ähm Koordinaten der Torrens 53 75 Kann ich das hier schon machen? Okay, 53 53 Oh, da ist es doch plats Are you serious?